Ich hab noch nicht gespielt und ich soll jetzt Terminator sein. Du bist einfach so gerecht, dass du es bist, du bist einfach so gerecht. Habt ihr oben rechts auch so ein Zeichen? Nö. Ja, bei mir ist es so. Okay. Ich soll hier eine Kapp ziehen. Ja, wenn nicht, muss ich durch einen anderen die Lobby machen. Hoffentlich bin ich der mit dem Cowboy-Helmel. Ich will der mit dem Cowboy-Helmel sein. Mal erst mal willkommen im Stream, hast du wirklich gemütlich auf dem man schon am Weg geht's? Die Gratsch-Bände sind ja die Scheiß-Dale. Ich mach's jetzt so. Okay, das ist die Options-Taste, das war jetzt nicht so ein geiler Mood. Wie will der Cowboy-Typ sein, bitte? Äh, R1, kann ich springen wahrscheinlich? Ne, warte mal, hä? Nein, Max ist der Cowboy-Typ. Ja, okay. Kann man hier was bringen? Äh, wie schlägt man bitte? Okay, T-backen kann man auch was predate, das ist schon mal sehr geil. Ist die auch besser? Jetzt warst du mal aufnehmen, Leute. Ja, ich hab' ne Aufpack genommen. Ich hab' 15 EP aufgenommen. Äh, Das sind nicht, das sind nicht so cool, Alter. Schick was denn, Alter. Ey, Horkheimer, kannst du hier in den Schlamm? Boah, ich muss mal, glaub' ich, die Steuung... In den Schlamm, da kann man sich einschmieren. Ah, ah, okay. Oder mit Blut von Toten kann man sich auch reinschmieren. Äh, mit L2 kannst du zielen. Das ist einfach so'n perverser Fetisch, glaub' ich. L2 musst du länger da gedrückt werden. Seid ihr alle zusammen? Wir dürfen hier ein bisschen als Team zusammenbleiben. Ja. Folgt dem Cowboy. Musst mir nur sagen, was du brauchst. Äh, die Frage ist, ich bin grad erst mal an Steuerung lernen. Was willst du? Der Janis kann die Steuerung noch nicht, wir gewinnen. Los! Äh, ey, seid so mies, Alter. Wie macht man denn diese Steins? X, X, X einfach. Nein, ich will doch nicht, ich will doch nicht klettern, Mann. Da mach Doppelkreis. So, Mr. Tate, willkommen Streamer. Oh, hier ist wieder EP. Nein, ich will wissen, wie man diese Nachtsicht macht. Leute, hier ist EP. Äh, Falltaste nach unten, glaub' ich, nach oben. Ah, okay, dankeschön. Nice. Ey, ihr hinterlasst voll die Fußspuren. Oh, man sieht euch, das ist gut. Alles gut. So. An alle, die jetzt dazu kommen, seid erstmal willkommen zu dem. Macht euch bequemlosig. Wer schießt denn da? Hä? NPCs, NPCs. Was? NPCs laufen mir auch rum. Muss die Steuerung mal ändern. Alter, ich. Boah, da oben der Sniper, Mann. So, geh doch. Ah, okay. Hier kommen die Fußsoldaten. Erstmal schön hier alles zu lernen. Im Suchgebiet. Oh, scheiße. Ist der Predator da? Hier ist noch, äh, hier ist noch was. Das hörst du. Hier oben? Das hörst du, der macht so. Also, so wie Janis normalerweise immer spricht. Ja. Also, ich bin hier jetzt an so einer Station. Ich weiß halt nicht, ob ihr hier raus seid. Hier ist noch die Erwand bei mir. Auf Computer zugreifen. Ich hab was gehört. Ja, wir gewinnen gerade, Janis. Ich sehe einen roten Kreis. Das ist der Predator! Der Predator ist da unten! Da ist er! Knall ihn ab! Oh, fuck! Oh, fuck! Weg mit den Viehschern! Hier, er blutet! Er blutet! Wenn es blutet, können wir es töten! Ja, 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 ja. Der ist hier irgendwo. Nee, nee, könnte nicht. Tötet es, bevor es Eier liegt. Von mir. Janis, R2 gedrückt ist heilen. Töte! Töte! Irgendjemand hat markiert! R2 gedrückt ist heilen. Ja, war bei mir. Ja, war bei dir so. Im Tutorial, ja klar. Können wir das deaktivieren? Aber wir sind hier nicht im Tutorial. Äh, ich will mal kurz... Warte um... Nein! Falscht hast du. Und jetzt? Da kommt noch einer. Ich bin rausgeflogen. Wer ist rausgeflogen? Nee, du bist rausgeflogen. Ich bin rausgeflogen. Du stehst aber da unten noch, Max, bei uns. Wie? Ich bin rausgeflogen. Hier wird gezielt! Der sitzt im Baum! Da ist er! Alter, ich seh ihn da oben! Da oben ist er! Alter! Da ist er! Ach, wo? Da! Hier ist er! Der Spiel hat auf jeden Fall Potenzial, finde ich. Ich find's witzig. Voll gut! Der ist da oben! Wo? Was? Habt ihr mich seht? What the fuck? War das mit euch falsch? Die ist da oben! Ich seh dich auch! Du schwieriger Haar! Wo? Dein Zielsuch! Du Arsch! Was ist das hier? Warte mal, irgendjemand hat dich getroffen! Oh, ich bin gleich tot, Alter! Ja! Holy shit, die machen jetzt kaputt! Gehst du doch vom... Die machen die Bäume kaputt! Ihr seid so unfreundlich gegenüber dem Wald! Was ist mit euch los? Wo ist denn Lümmel? Nee, ich bin kein Lümmel! Du bist ein Lümmel! Das sind nur... 10 EP! Ich weiß auf jeden Fall, dass ihr hier seid! Definitiv! Das muss ich euch nur noch kriegen! So, an alle, die neu dazukommen sind... Willkommen, streamer! Ich bekomme ich euch einen schönen Samstag! Freut mich, dass ihr da seid! Guck mal ganz viele Gegner! Oh, ich höre ihn! Er muss hier sein! Er ist hier irgendwo! Loll, ich hab nen NPC gekillt! Scheiße, das war dezent der Falsche! Nein, nicht so geil! Irgendwas läuft hier! Wie sieht's mit euer Hells aus? Müssen wir noch was machen jetzt? Ja, wir müssen hier das Ding... Oh, oh! Oh! Du, du Ratte, du! Du Lümmel! Seid ihr bereit? Weiter, Team? Er ist oben auf den Bäumen! Ja, natürlich, wo sonst? Alter, wie kann ich mich denn heilen, what the fuck? Geht das am Anfang? Ich leuchte wie ne grüne Christbaumkugel, alter! Ich weiß nicht, ob das am Anfang geht, aber... Oh, unanonym ist Shira! Vielen lieben Dank für einen Bit und Willkommen im Stream! Machst du wirklich glücklich! Oh, heilen kann man sich auch, das ist gut! Oh, er ist da! Er zielt! Er ist oben hier drauf! Da oben ist er! Oh! Ich hab ihn fast getroffen, ich muss erst mal damit üben! Das ist ja nicht mal so einfach! Oh, der läuft hier vorne! Ja, ich will runter! Hallo, hallo, hallo! Der läuft genau hier vorne rum! Leute, wir müssen nach vorne hin! Hier ist EP! Der muss oben drauf sein! Der muss oben drauf sein! Ich hab nämlich was gehört! Hör doch mal auf, alter! Der läuft hier oben drauf! Oh, ich hör was! Hilfe! Hilfe! Janis, wenn er Hunger hat, ist nicht genießbar! Komm mit, komm mit, komm mit, komm mit! Ich bin der letzte in der Kette! Alter, die waren hier doch grad irgendwo! Holy Shit, wo sind die hin? Meiner kann nicht schwimmen! Alter, wo sind die hin? Ich fahr doch eben grad noch in dem Haus! Ich mach die Kiste! Hier irgendwo? Oh, er ist da! Ich hab seinen komischen Dingsbums-Dings gehört! Er ist hier links! Gehst du weg, gehst du weg! Er ist okay! Gehst du weg, gehst du weg! Fuck! Okay! Ich hab die... Ich hab's ja gesehen! So! Ist natürlich nicht so geil! Boah, ich hab jetzt gleich keine Muni mehr, ey! Erstmal heilen! Okay! Äh... Wie ist denn das hier mit... ... ... ... ... ... Pft!! Pft!! Hahahaha! Hilfe!! Hahahaha! Hahahaha! Niiiinninnn! Wer purt's, alter! Jetzt, wenn man der Forst dabei sein sollte, helfe! Ich bin gleich tot! Da! Ich mach ihn kalt! Da heißt einer Udo! Nein! Ich hab gleich keine Muni mehr! Bin ich denn für ein erbärblicher Predator? Kann man hier irgendwie Muni aufnehmen? Holy Shit Wo bist du? Ich hab dich gesehen, komm her Nee, lass mich Alter, ihr schmeißt Granaten nach mir Ihr seid voll mies Ich hab keine Muni mehr Holy Shit So, lass mich mal hier durch So Alter Du kannst dich heilen, ja, das wäre gut, wenn ihr mir sagt wie Äh, kann aber auch sein, dass du das irgendwie Du musst so ein Teil ausrüsten Kann sein, dass ich das ausrüsten muss sogar Ich kann mich momentan echt nicht heilen Ja, du hättest es ausrüsten müssen Also ich konnte mich nur als Oh, ich brenne! Aua, ich auch Napalmangriff Wir müssen da hinten hin Ich hab, ja, ich hab die auf jeden Fall gesehen L1 Optionales Ziel Eingehendes Signal entdeckt Hä? Hoffentlich gibt's ja Muni Abwurf Kapseln Ah, doch, lol Dankeschön Vielen Dank Ey, nicht spoilern Hier ist der Tempo Ich bin beim Tempo Guck mal auch irgendwo Munition finden Ich hoffe Ja, vielleicht hier bei dem optionalen Ziel hier Oh ja, das wär so geil Ich hab nämlich nix mehr Ich hab nämlich nix mehr Okay Gut Bin wieder geheilt Och nö Vielen Dank an den Chat Jetzt mehr Rückendeckung Ich muss noch die Haralds finden Da kommen Gegner Ich glaube, es geht Ab einen Dann kommen wir mit dem Gegenstand Ich komme mit dem Gegenstand Wie hat denn den Gegenstand? Ja, jetzt müssen wir da hinten hin Oh, wie sind die wieder? Äh, irgendeiner, Laura glaub ich hat den Ich kann doch nur in irgendwelchen Gebäuden wieder rumlungern So weit denk ich nicht, dass die sind Ihr könnt euch mit Matsch einschmieren Dann seht euch Jannis nicht mit der Infrarotsicht Ich schmiere mich jetzt mit Matsch ein Wie mach ich das? Ey, wie geht das überhaupt? Hier bei mir Oder du musst zu einer Matschpfütze Oder mit Blut Kannst du auch Oh, ich glaub ich hab ihn gesehen Wo sind die wieder, Mann? Problem ist, wir gehen eh übers Wasser Also wir nutzen das wahrscheinlich hier Heli unterwegs Heli ist im Anflug Gut Nein Nein Ihr gettet nicht to the chopper Aufpassen, da kommen jetzt ganz viele Ähm Gegner Get to the chopper Oh Alter, ich töte nur NPCs, what the fuck Das ist ja Hawk Ich wollte gerade Hawk erschießen Ich Ich, ich, ich auch Ich hab nur ne Handfeuerwaffe Ich bin doch so Jürgen, der kommt mit seinen Klingen Der killt da hinten glaub ich grad, der killt die Ads da hinten Ja ist gut, in Ordnung, soll er tun Der Heli kommt Wir müssen es nur noch ein bisschen aushalten Der ist beim Tüttel Der ist beim Tüttel Wo seid ihr? Wo seid ihr? Wo seid ihr? Wo seid ihr? Ich seh halt echt nur die Hände Der hat Muni verloren, der hat Muni verloren Oh Oh Nein, der ist bei mir Hawk nein Warte, das ist mal Hawkeye Was muss ich denn drücken? Was muss ich denn drücken? Je Was muss ich drücken? Der kommt NEEEIN Der macht es nicht NEEEIN Der hat mich geschnetzelt Der hat mich geschnetzelt ALTER Ich hätt ihn fast noch gekriegt den Börsen ALTER NEEEIN NEEEIN HOLY SHIT Das ist ja gar nicht so einfach WTF NEEEIN OHHHH NEEEIN 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 NEEEIN